Moin Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme, DiggyMobs mit einer neuen Version, einem Betafix, wie man sieht, die Bits werden jetzt angezeigt. Moment, ich fange erstmal an mit der Neuerung, dass ich jetzt die Musik live laufen lasse. So, dass ich vielleicht auch ein bisschen darauf reagieren kann. Und ja, eine neue Version, eine Bugfix-Version. Machen wir so. Ja, hier sind ein paar Sachen erneut worden. Der Bug mit den V-Pets ist bei Romon leider. Ich glaube, sie nehmen Energie noch auf bis 60 Prozent, wenn sie sitzen, regenerieren sie sich und sonst müssen wir sie selber regenerieren. Alle möglichen anderen Bugfixes noch. Irgendwelche kaputten Blöcke und alles mögliche. Nun aber, ich habe, ähm, Paidramon in meiner Freizeit ein bisschen hochgeschossen noch auf der Selle 44 und wir werden daraus jetzt ein Imperialdramon machen. Hoffentlich. Aber ich glaube, dafür wäre es ganz gut, wenn wir uns eine größere Fläche aussuchen. Zu... Man... Tum, 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 tum. Richtig cool. Ähm, ja, wir gehen noch gleich die Kommentare wieder durch. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Zack Und D3 Digi-Weiß Digi-Wolf Imperial Hey Dramon Megavitation zu Imperial Dramon Imperial Dramon The fuck Wow Leck mich am Arsch The fuck ist das groß Komm Steh ihn mal auf und hau den mal Äh 14 Schaden und kriegt 4 Der braucht auf jeden Fall mehr Schaden als mein Schwert Dann ist das Digimon anscheinend schwer zu treffen Du 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 Nice Komm mal in mein V-Pad Dankeschön Jetzt haben wir uns nämlich Denn jetzt haben wir ja ein fliegendes Digimon Au Hier weg Und das macht ja schon dann Sinn Wenn wir uns auch die Ähm Die Handschuhe holen Zack Bling 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 Hey na 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 Ne hier waren die Dinger drin Ach ja Neue Rüstung wollte ich mal noch machen Helm und Schüchen Zack Zack Jetzt wird natürlich mein blödes Vieh von Katze wieder raus Moment Kann man in unserer Welt Da 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 na 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 So Dafür brauchen wir erstmal die Riding Gloves Äh Diese hier Jetzt brauchen wir dafür 2 4 rote Und Na 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 Einen blauen 1 2 3 4 Einen blauen Zack 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 Riding Gloves Die sind immer nur für Land Digimon Jetzt brauchen wir nämlich noch die Verfliegende Digimon Nja Die sehen wir hier Feathered Glove Und dafür brauchen wir 2 Gold Digisoy 2 blaue Dafür brauchen wir 5 Gold und 1 Chrom Digisoy Wir haben zum Glück noch Gold da so so in die dunkelheit wir vertrauen du bist niemals zwei blaue zwei gelbe über den glas fahrrad gloves wir drehen auf wir drehen auf wir halten fest zusammen da muss ich jetzt natürlich ertragen dass ich dazu nur ein bisschen mit brabbel befreien die welt befreien ach oh gott ja und nu wie fliege ich denn da mit dem ding letters ist es nicht jeder von uns muss ein kämpfer sein äh tion controls die welt befreien die welt befreien das ist kann uns nicht wirklich bewegen e metern salon x z z nur die minimap die 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 Gloves, was ist das denn für ein Lied? Es gibt nicht nur einen Lied, sondern auch einen Lied auf den Lied. Auf den Lied auf den Lied, schau sie auf den Lied, während sie auf den Lied zu gehen. Wirklich? Das funktioniert noch nicht so ganz so wirklich. To fly on them, look up while on them to a scant, look down to descend. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall in der Luft. Okay, das funktioniert, aber ich gucke dir nur voran. Look straight ahead to stay in place while mid air. Ja, aber ich möchte mich auch bewegen. Ich möchte ja nicht nur hoch und runter fliegen. Hä? Das macht jetzt natürlich nicht so ganz so viel Sinn. Ja, ich drehe auf der Stelle. Das stimmt wohl. Also wir können damit hoch und runter fliegen, aber wir können nicht voran fliegen. Können nur in der Luft hängen. Und wir können auch nicht höher als 103 Blöcke. Das ist natürlich eher mies. Hm. Naja, ist auf jeden Fall ein nettes Thumbnail. Naja, das wird ja nicht so viel. Okay, ähm, runter. Shift. Packen wir dich ein. Einpacken, einpacken, einpacken. Einpacken. Aua. Naja, jetzt ist ich ein Glückwunsch. Darf ich dich jetzt einpacken? Super.